So, da fangen wir auch an mit den ersten Restaufgaben, nämlich spiele die Spire-Botschaft an einem Wächter-Außenposten ab. Ist eigentlich ziemlich simpel, aber ich gucke jetzt erstmal, ob es in Gruppenkeile funktioniert. Sollte es nicht in Gruppenkeile funktionieren, dann natürlich im Solo-Dude- oder Team-Modus. Einfach an einem Wächter-Turm landen, da erstmal hinfliegen. Ihr habt ja auf der Map gerade gesehen, wo sie markiert sind. Und wenn es in Gruppenkeile funktioniert, dann definitiv Gruppenkeile, weil da habt ihr auch nicht die ganzen Gegner und alles. Aber ich fliege jetzt einfach mal zu dem Turm hin. Aber ich denke mal, die Aufgabe wird eigentlich safe jeder auch ohne mich hinkriegen. Dann wundert euch nicht wegen dem Skin. Ich habe jetzt eben nochmal nachgeguckt. Ich habe dann doch den Skin dazu. Ich dachte nämlich erst, hä? Aber der Skin gefällt mir irgendwie auch passend mit dem Rücken-Accessoire, was ich jetzt noch zusätzlich bekommen habe. So, dann kann man hier in der Mitte einmal interagieren. Okay. Jones Sanchez. Okay. So, das war es eigentlich schon mit der Aufgabe. Wie gesagt, wer damit nicht klar kam, kein Problem. Konnt euch gerne weiterhelfen. Vergesst natürlich nicht, einen Like da zu lassen. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut herein.